Hallo und guten Morgen. Ich heiße Tali und ich mache den Wetterbericht. Das Wetter fährt heute auf der Bahn. Heute Morgen regnet es sehr viel und es ist kalt. Wir haben eine niedrige Temperatur und die Sonne scheint nicht. Jetzt gehen wir zum Report zu schauen. Guten Morgen. Es ist sehr kalt und es regnet in Schwimmen. Erwarten Sie den ganzen Morgen. Tragen Sie einen Schirm. Hallo, wie geht es Ihnen? Hallo, gut. Was machen Sie in dem Regenwetter? Ich jage ein Kornchen. Was denken Sie über das Wetter? Ist es Ihnen kalt? Nein, ich mag das Wetter. Ich fühle mich. Wie geht es Ihnen? Okay, interessant. Zurück zum Nachrichten, Tali. Okay, das war alles dann, Leute. Guten Abend, Tag. Das Wetter ist geändert. Die Sonne scheint und es ist warm. Zurück zum Schauen. Ich habe die Sonnebrille gebracht. Die Sonne scheint und es regnet nicht. Sie sollen die Sonnebrille mitbringen. An den Ovo, gneißen heute die Sonne. Hallo. Was haben Sie heute gemacht? Ich spiele Fußball für die Mädchen, aber ich kann keine Mädchen finden. Offen soll ich lernen, aber Sonne aus, Waffe aus. Okay, gefällt Ihnen das Wetter? Ja, das Wetter gefällt mir. Ich schliebe am Strandofel zu sein. Die Sonne ist super für meine Haut. Danke. So, zurück zum Tali. Genießen Sie das Wetter. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Das Wetter ist wieder geändert. Es ist nicht so gut. Schon. Hallo. Das Wetter ist fischbar. Bleiben Sie zu Hause. Ein starkes Gewitter kommt jetzt. Scheiße! Hallo, alle. Wie geht es aus Ihnen? Gut danke. Ach ja, der Wetterbericht. Das Wetter ist schön. Es ist sonig und warm. Ah, der Fall ist... Na ja, das war's. Gute Nacht. Heute Morgen regnet es sehr viel und es ist kalt. Wir haben... Letzte Woche ist das Wetter schlecht gewesen. Es ist neugierbar. Was ist das? Ah, okay. Hallo! Hallo, gut! Hallo. Wie geht es Ihnen? Hallo. Hallo. Ein starkes Gewitter kommt jetzt. Oh...